einfach weil es kann so viele zauberer ich kann nicht beschützen krass ich glaube die haben gehört haben die gehört dass ich dich beschützen soll und ist eine goldene kiste die sich leuchten ja hinterher lauf mir hinterher ich guck mal eben rein beschützt mich shadow key ein auge noch dynamite flaming arrow irgendwelche potions shadow key glow sticks invincibility potions ist das gute kann ich mir gleich nochmal unsichtbar machen die achtung feuerling der feuerling weg ist er schnell weg jetzt hier wieder egal ich habe auch die mütze jetzt auf ich habe auf jeden fall noch meine hier unten ist doch eine kiste ich habe so ein komisches shield und silber und thorns potions ja wegschmeißen zack nur eine gravitation potions und normale potions gearing potions weiter geht's aber was kommt denn hier runter alles so übel ja ok und bis nichts kommen sie wieder raus vielleicht immer der herz container mit also sie ist ein bisschen heilen warte mal ganz kurz ja 91 noch ja muss auch 15 sekunden warten bis ich dann mal wieder so eine poche nehmen könnte zeit zum trinken die habe ich auch mal genutzt dafür eben ja wo wollen die hin mal diese mal ja man kann einfach durch die höhlen hat schon da irgendwas aufsammeln ja ja aber wobei das gar nicht so schlecht wäre weil dann könnten wir das neue erz farmen welches neue erz kobalt ist da gekommen ach ja stimmt dass wir hier aber ich will erst noch mein mega schwert haben bevor wir irgendwo hinten geht ohne mega schwert gehe ich nirgendwo in der oberste kiste war man da schon dran ja die ist geöffnet gucken wir ob hier rechts da irgendjemand ist ja folgen sie mir unauffällig warte ich sehe gerade was das möchte ich haben irgendeine statu ich gehe da mal mit dynamit hin äh oh das bam ja genau dynamit macht den boden hier nix was hat denn für eine kacke ich denke die und ich denke die unsichtbarkeitspost bin ich unsichtbar warum sehen mich die gegner trotzdem ja achte auf deine mütze meinst du ne glaube ich nicht ob die so schlau sind ich glaube nicht dass die so schlau sind was ist das denn für eine statu mit so einem auge drauf cool mal dieser dreck ja die sport wahrscheinlich augen so eine augen die statu hat auch noch nie gesehen noch nie so ja genau hier kommt so ein ring runter es muss doch irgendwo noch ein abteil geben was einigermaßen unerforscht ist meine güte immer nach links wieder ok links ich habe schon alles gesehen da war auch nix oh mein gott irgendwie ist das alles nicht auf unserer seite heute ne wir brauchen doch nur so ein kackschwert kackschwert wo ist es ich glaube mit zombie haben wir zwei stück davon gefunden ja lassen wir nach unten gehen von oben kamen wir ja so ich bin schon wieder halbtot hier boah 55 noch ich kann nicht angreifen 11 loch tot loch du bist jetzt genau über uns ne müsste eigentlich moment ja ja aber ich sortiere jetzt erstmal gerade ein bisschen zeug aus überlebst du hast du auch nicht überlebt naja doch mit 18 krass ab nach unten quick stack wir können auch noch mehr dämonenaltare kaputt machen ja das bringt bestimmt unheimlich viel ich hab jetzt noch mal so eine spielanka potion reingehauen und geh jetzt nochmal gucken ey kann ja nicht wahr sein irgendwo muss es doch noch kisten geben kommst du hinterher ja warte ja warte ich regeneriere mich gerade ja langweilig langweilig eyeball stator ah geil ich bin schon wieder tausend meter unter dir wenn man tausend foot ich bin ein skiller oder wie du auch nicht kommst sooo haha wie ich hier einfach stehen bleib so was fieses naja jetzt tue ich den spiegel mal wieder hier raus sooo somewhere hier in so deep untergrund there must be hello gleich bei dir auch besser so für dich oh was das ich treffe den nicht ist das ah schade ja hier kommt gerade ein richtig fettes Vieh nach unten was für ein fettes Vieh irgend so eine arme äußert krass ok ich seh ich bin nicht da da mach ich keinen schaden dran warte soll ich mal hochkommen ja das wär cool doch 10 krass 15 warte ich bin schon wieder 600 fuß unter mir ey warum geht der denn nach unten der sack warte ich beil mich ach 88 hat er noch ja warte mal ich will ihn noch mal wenigstens einmal sehen da ist er was ist das für einer warte mal ich will auch mal oh was zur Hölle WTF der macht auch so komische Geräusche wie der Geist ja aber hat wieder keine Seele gegeben toll Seelen sind ja auch langweilig und schwul nicht in dem Spiel hier ich bleib bei meiner Meinung ok alle Seelen für mich ah wenn es hier Seelen gibt doch gibt es denn Seelen? ja ja also das heißt irgendwie anders aber das sind so runde Dinger ok ich bin gespannt ich glaub eine haben wir sogar schon ich geh mal hier runter ey ok alter das muss doch hier einfach irgend so eine verschissene Kiste noch geben man ich hab doch einen goldenen Schlüssel gefunden so viel ja hast du denn so einen Blob drin? ne war bei so einem ganz normalen Skelett drin warte ich guck mal was in der Höhle da ist nix doch pass auf haha so nah hier dran da muss da was drin sein ja und es war schöne Lava fallen da unten ne haha und ich glaub du hattest recht und was hatte ich recht? mit nix ja ne? ja like I said vielleicht ist hier ein Kobalt drin nein natürlich nicht wie sieht Kobalt aus? ich weiß es nicht stell dir vor ich weiß es nicht oh mein Gott ich hab meine olle Spilanka Potion hier noch ja und hab die auch gerade aktiviert noch achso dann können wir gut einmal die Höhle absuchen ne? ja und ich guck hier gerade mal noch so spontan rum aber bis auf ein bisschen Material hier und so seh ich nicht weiter viel wir sind auch irgendwie noch nicht wirklich tief hab ich so ein bisschen das Gefühl obwohl mit Lava doch müsste eigentlich sein ja ja doch stimmt aber die Musik ist so freundlich hey hier unten ist ein Armortschip guck mal der ist gerade in die Lava gesprungen ah ja geil ach man ich glaub der hat da auch nur ähm Geld mit ja da oben ist eine goldene Kiste hier links durchgraben ja so die Leute, die sitzen da so in so kleinen Holzhötchen drin boah was hat der? der fuck das war ein brennender Wurm wahrscheinlich ist der einmal durch die Lava durch oder so der dicke Fledermaus hinter uns ja mach du mal ich ich grabe Giant Beds heißt sogar so cool warte Spelanka Potion trinken und noch ne Giant Bat geil und noch ne Giant Bat und noch eine mein Gott wär mal gut für nen anderen Drop jetzt wenn ich die überhaupt nicht treffe mit meinem Dreizack Moment ich will an die Kiste ran ich hab sie gefunden ok ok ne Spelanka Potion langweilig Just his arrow ok das ist vielleicht gar nicht schlecht tue ich mal da drauf so ein Auge Silver Barren Throwing Knives Gold Coin und Glow Sticks dafür hat es sich definitiv gelohnt nochmal hier runter zu gehen ja finde ich auch richtig geil boah boah möchtest du mein Schwert haben ne ich ich nehm gerne mit meiner Lanze Vorlieb mit der kämpf ich im Moment eh nicht öfter ach ich kann die das leihen das kann auch wohl nicht die Möglichkeit sein ich mein muss da irgendwo in diesem verschissenen Ding doch so ein Schwert geben boah warte guck mal ey hier sind richtige richtige komm mal runter hier zu mir richtige Krieger boah die haben die Feuerbälle geworfen Hilfe alter was halten die alles aus man aber die haben nichts gutes dabei gehabt jetzt mal da kommt noch ein Krieger an da machen wir richtig viel Schaden wie man sehen kann ja toll oh oh Hilfe ja warte ich hab mich voll ins Gesicht der 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 voll ins Gesicht der voll ins Gesicht in dem Fall voll in mein Gesicht ach du scheiße oh fuck jetzt hab ich gerade unser Haus zerstört weil ich eine Granate da obwohl ne unserem Haus kann die Granate gar nicht das ist schön ja komm dann komm halt hoch da das war wieder knapp komm halt hoch mach mal einmal das Haus kaputt und dann gehen wir mal nach Hause so yeah das war ein Reinfall aber wenigstens hab ich viel Zeug mitgebracht was ich jetzt verschärbeln kann ah ja gute Idee und der Magier ist da so ist er da? ja sicher Black Dye Material Crystal Ball den kaufe ich hat ja nur 10 Gold gekostet aber egal die brauche ich so ich verkaufe hier gerade allerlei Zeug ähm was hat? ok kann weg link kann weg kann weg kann weg hörst du dat? was? ne ok ich hab da eine Crystal irgendwas hingestellt oh ja ich geh mal kurz gucken da rechts in der Ecke ne? ja ja ich kann da drauf mehr passiert nicht ne? klicken wo wo wo